Moin, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, was geht da? Brito of Doom hier. Sorry, dass der Anfang immer so ein bisschen lost aussieht, aber ich will auch komplett sicher gehen, dass ich die Replay-Analyse auch wirklich aufnehme und nicht zwei Gameplays mache und dann am Ende einen dritten mache und dann erst merke, dass ich dann doch nicht aufs Recorden gedrückt habe, ne? Wer ist nicht auf den Finger zeigen? Aber sowas soll ja auch schon mal vorkommen, ab und zu. Wir befinden uns heute mit wieder einem High-Elo-Gameplay von dem guten alten Fnatic Weeple. So, der sitzt gerade auf 1237 LP, was ihn auf Rang 3 setzt gerade. Ein Platz hinter Hans Sama. Ja, so, wir starten das einfach kurz. Weeple spielt Blueside Pantheon, also wird er der Spieler sein oder wird er der Champion sein, den wir hier beobachten. Bevor ich mit irgendwas starte, wie immer vor allem kurz die Match-Ups. Top-Lane Akali gegen Pantheon ist wieder ein sehr volatiles Match-Up. Ich habe Volatil ja bereits ab und an erklärt, aber nochmal zur Information. Volatil beschreibt ein Lane-Match-Up, was sehr stark Snowballen und ausarten kann, wenn einer einen 1 oder 2 Early-Kills bekommt. Prägnante Beispiele sind da Riven-Match-Ups. Wenn Riven Early-On-Ahead kommt, dann vor dir ihr erstes Item zu Ende hat, kann sie dich ziemlich aus dem Leben snowballen. Ein Anti-Beispiel ist da zum Beispiel sowas wie Maokai gegen Nautilus. Da ist es egal, wer jetzt 2-0 oder 3-0 aus der Lane geht. Die werden am Ende beide trotzdem 3 Millionen HP haben und nichts wird passieren. Das Jungle-Match-Up, das ist ein bisschen fragwürdig. Aber wie wir ja wissen, sind Challenger-Spieler entweder Genies oder Wahnsinnige. Wir haben auf der Red-Side einen Lucian-Jungle und auf der Blue-Side einen Echo-Jungle. Stuck in Season 6 finde ich übrigens auch einen sehr schönen Namen hier an der Stelle. Ich kann das Match-Up nicht so gut einschätzen, weil ich nicht weiß, wie gut Lucian-Jungle kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es ein schöner Jungle-Clear ist. Und dementsprechend würde ich das Tempo und die Gang-Pressure für Echo geben. Ich denke, Lucian-Jungle könnte gut funktionieren, wenn du eine Low-DPS-Comp hast. Low-DPS-Comp bedeutet so viel wie, dass deine Komposition wenig Schaden hat, wenn du zum Beispiel sehr viele Tanks hast oder sowas. Eine Beispiel-Komposition wäre nochmal Maokai-Top, dann hast du Sejuani-Jungle, dann hast du Galio-Midlane. Das sind alles sehr tankige Champions, die dann viel wenig DPS sorgen. Ich glaube, in solchen Dingen könnte so ein Hyper-Carrie-Lucian-Jungle funktionieren. Andererseits wurde in Korea auch Kaiser-Jungle gespielt. Deswegen mal sehen, ne? Mittlerweile haben wir Diana gegen Zed. Das ist auch ähnlich wie das Top-Land-Match-Up bereits ein sehr volatiles Match-Up. Das ist aber tendenziell erstmal ein bisschen für Zed, weil Zed keine Mana-Kosten hat und mit der Wave eigentlich machen kann, was er will. Aber sobald Diana auf ein, ja, ich würde sagen, zumindest einen halben Item kommt, ist das komplett fein. Vor allem, sobald Sonja's fertig ist, zudem hat Diana Teleport. Und wo wir ja schon von Maggi-Felix gelernt haben, ist Teleport ein sehr wichtiges Tool. Bot-Line haben wir Miss Fortune und Nautilus gegen Cassio und Blitzcrank. Das heißt, wir haben auf Blue-Side eine Komposition, die ist sehr stark im Early-Game, sehr stark im Mid-Game. Miss Fortune unglaublich starker Lame-Bully, äh, Pantheon unglaublich starker Lame-Bully. Diana im Early- bis Mid-Game sehr stark. Natürlich fällt sie Late-Game nicht wirklich viel ab. Sie ist ein Assassine, sie kann immer auch Leute One-Shotten. Ähm, aber ja, scaled weniger stark als andere Mid-Lane-Champions. Ähm, so, das guckt mal weg, kurz. Und auf der Red-Side haben wir hingegen Cassio mit sehr gutem Scaling. Wir haben Lucian Jungle mit feinem Scaling zumindest, bis sehr gutem. Und wir haben Akali mit sehr gutem Scaling. Akali wird Pantheon sehr stark outscalen, aber Pantheon hat halt die Lame-Pressure. Und wenn er mit seinen 5 Wood-Stacks, Mortal Will, keine Ahnung, wie das heißt auf Deutsch, mit seinen 5 Passive-Stacks arbeitet und mit seinen Abilities gut rotiert, kann er oder sollte er die Lame sehr stark gewinnen. Ähm, eine lustige Sache, oder nicht lustige Sache, aber eine ziemlich einzigartige Sache in dem Match-Up ist, dass im normalen Trade-Pattern, also im normalen Trade, ein Pantheon auf sie weht, dann Qt und dann nach hinten eht. Und Akali Qt entgegen. Und dann muss sie aber auch nach hinten laufen, um ihre Passive-Stack zu bekommen. Das heißt, die Distanz zwischen den beiden erhöht sich sehr stark und Akali kann schwer nur gegen traden. Ähm, wir sehen auch schon, Wipo geht hier komplett mit dem Gesicht rein. Hat den Sustain-Vorteil mit Time-Warp-Tonic in den Synchronen dabei, das heißt, äh, er kriegt mehr Sustain durch seine Pots, hat auch noch Cookies dabei. Akali ist bereits durch ihren einzigen Pot durch. Das heißt, sie hat jetzt keinen möglichst Sustain mehr auf der Lane. Ähm, und jeder Trade, der jetzt passiert, bleibt man hier hängen. Wir sehen an Level 2 Cheese-Gang von Lucian. Das sah cool aus, der Flash, aber wird leider nicht viel bringen, wobei er rauskommen sollte. Hat noch Level 2 bekommen, hat jetzt seine Wege-Skilled. Und versucht, mit seinem Echo zu groupen. Echo hat nicht die Map-Awareness, die man sich, glaube ich, wünscht. Aber, und jetzt sehen wir, was das hier alles so mächtig macht. Wir sehen den Stunt von Echo. Er hat keinen Dash, weil er oben zum Ganken gedasht ist. Und er hat auch keinen Flash. Das heißt, er wird hier erst mal von Pantheon gestunt. Pantheon kriegt jetzt seine 5 Mortal-Wheel-Stacks, hat einen Corrupting Potion am Ticken, viel mehr Sustain und viel mehr Damage. Und jetzt kommt der Echo-Stunt hinterher. Und Bam, Alter, der Lucian ist komplett aus dem Leben geböllert. Pantheon zwar auch. Aber Pantheon hat den Kill bekommen. Und kann jetzt mit Longshot auf die Lanes zurück. Und obwohl dieser Trade overall vielleicht nicht ganz so smooth war, oder nicht ganz so glatt gelaufen ist, ist es trotzdem gut für Pantheon, weil er jetzt Early sehr viel Gold bekommt. Ja, sehr viel ist natürlich sehr subjektiv. Aber weil er jetzt Early wieder Geld bekommen hat und dadurch sein Gold-Einkommen inflationär erhöht. Er ist Level 3. Er kann Tower-Diven, wie er lustig ist, mit seiner E. Die ich auch ein bisschen sehr stark finde. Vor allem als Tower-Dive-Tool. Kann hier Akali sehr gut raushauen. Poppt jetzt wahrscheinlich nochmal den nächsten Pot gleich. Ja, da ist es auch schon. Will also immer praktisch einen Pot am Ticken haben. So, und Akali muss jetzt super respektvoll spielen. Lucian hat Redside gestartet. Das heißt, Lucians nächstmögliche oder sinnvollste Route nach dem Tod wäre Blue. Und das weiß Bipo natürlich und kann deswegen komplett unter den Turret pushen und Akali aus dem Leben nehmen. Denn wenn Akali jetzt hier viel Minion gehen würde und ein bisschen eine Overstate, kann Pantheon sie weh, Autoattacken Kuhn und dann ist sie halt, ja, tot, ne? Und dadurch, dass er dann seine E hat, tradet er nicht so viel Damage zurück. Akali spielt das Meilenbergang nach unglaublich schwach, weil sie die ganze Zeit stayed. Und das ist ein Fehler, den sehe ich sehr häufig in Solo-Q. Ähm, man stayed, weil man keine Wave verlieren will und verliert dann eine Wave. Diesen Recall finde ich sehr gut vom Pantheon. Akali hat TP-Vorteil. Das heißt, sie kommt jetzt mit frisch ausgegebenem Gold wieder, mit vollem Mana und HP. Und diese Wave pusht in Pantheon zurück. Das heißt, indem er jetzt recoilt und dann wieder auf die Top-Lane läuft, ähm, verpasst er verhältnismäßig wenig. Also hier bereits zwei Dinge. Erstens Wave Control und zweitens, äh, Recoil Timings. Super enorm wichtig. Ähm, hat sich jetzt einen Kai gekauft. Finde ich ein bisschen, also kann man natürlich machen. Ähm, finde ich aber ein bisschen fragwürdig in dem Matchup, da du eigentlich Akali aus dem Leben böllern willst. Jedoch denke ich, dass er auch mit einem Kalakal aus dem Leben böllern kann. Hier ist er ein bisschen Minions reingetradet, aber hier kann er auch wieder den Damage denyen, in dem er einfach seine E anmacht und praktisch ein mobiler Braumschild mit ganz vielen Sperren und Stöcken ist. Sobald er ist Level 5. Und sobald Level 6 auftaucht, nicht auftaucht, sobald Bayer Champions Level 6 erreichen, shiftet sich das Matchup enorm. Was bedeutet das? Das heißt, das Matchup, wie es aktuell gespielt wird, ist ja ziemlich Vanilla. Äh, also sehr eindeutig. So, beide haben vier, also drei Abilities plus Passive, vier Abilities so gesehen, haben Rüstung und, äh, haben AD und so weiter, haben halt ihre Items. Sobald Level 6 dabei entsteht, und das passiert nicht nur in dem Pantheon Akali Matchup, sondern in ganz vielen, hat Akali einen Combat Ultimate. Combat Ultimate ist eigentlich so 80-90% aller ultimativen Fähigkeiten im Spiel. Das sind Fähigkeiten, die du in einem Fight benutzen kannst. Diana Ult, Echo Ult, Miss Fortune Ult, das, äh, die Ult, die Ult, die Ult, also fast alles so. Aber Pantheon hat eine Utility Ultimate. Was heißt das? Diese Ulti kann er nicht im Fight benutzen und dient dafür, um andere Sachen auf der Karte oder anderweitig ahead zu bringen. Äh, andere Beispiele dafür wären Noction, Galio, ähm, Rise beispielsweise auch, Twisted Fate. Weil Noction dann noch in so einer komischen Grauzone ist, weil er ja auch im Fight ulten kann. Ja, wir sehen, die Wave resett jetzt wieder zurück. Also diese Wave pusht jetzt wieder in Pantheon zurück. Äh, er nimmt wieder einen sehr einfachen Recall, ist Level 6, will natürlich jetzt mit drei Longswords alles ausspießen, was es gibt und möchte auch für einen eventuellen Roam, äh, den er vielleicht vollführen will, Full Life sein. So, hier trade er auch nochmal ein bisschen in Akali rein. Akali fühlt sich aber sicher, geht jetzt mit ihrer Ult rein und, ähm, geht ins Second Part raus. Aber wir sehen schon, die Trades sind gar nicht mehr so eindeutig. Also Akali hat, wie gesagt, die, äh, Combat Ultimate, mit der sie halt im Fight was reißen kann. Pantheon nicht. Ich denke, der größte Fehler, den Akali hier begeht, ist, dass sie keinerlei Sustain mitbringt, denn, ja, sie hat Bwippo auf 20% AP oder so gebracht, aber dadurch, dass er schon zwei Corrupting Potions hatte und jetzt wieder einen progt, ähm, ist sie forciert raus zu flashen. Er versucht dann nochmal für einen Snipe zu gehen, aber es bringt dann halt nix. Äh, sie kauft jetzt ihr erstes Pot, ihren ersten Pot, und wir sehen, Bwippo versucht, Botland zu roamen. Das ist eine Art von Roam, auch wenn er gerade heftig geintet hat, also man muss das Kind ja auch mal bei Namen nennen, ne, ist dieser Roamer, dieser Ansatz sehr gut, denn er hat Teleport ab. Und ähnlich wollt ihr auch mit Shen zum Beispiel spielen, oder halt wie gesagt mit Twisted Fate oder so, falls ihr TP mitnehmt. Ihr wollt für ein Ultron gehen, um dann im Bestfall mit dem Teleport, also Base zu gehen, und dann Toplane wieder zu TP'n, um möglichst wenig zu verpassen. Bwippo macht das genauso, nur nimmt er halt den Fast Recall über den Tod, ist jetzt wieder am Leben, und, warte, wo Teleportiert hier sehe ich hin? Ach, wieder auf die Botlane, okay. Das hab ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Äh, kriegt ein Double Kill, verliert Toplane und ein paar Platings, dies, das, Ananas. Was das Ganze aber erträglich macht, ähm, ist, dass Echo auf Topseite war. Ich lass das Play jetzt nochmal kurz durchlaufen, und ich möchte, dass ihr euch Echo's Parthing und Echo's Jungleing anseht. So, Moment. Ja. Hier ist Pantheon gerade gestorben, Echo nimmt einen Recall, Akali ist jetzt oben, pusht die Wave, Echo bewegt sich nach oben hin, und kann direkt die Wave hier nehmen. Akali kriegt nicht zu viel Turret Damage, wird jetzt sogar noch rausfussiert. Ich glaub, sie stirbt sogar hier, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und auch wenn Pantheon jetzt wieder unten gestorben ist, hat er erstens einen Double Kill bekommen, und zweitens ist Akali nicht gesnowboid, oder halt hat keinen Free Farm bekommen, dadurch, dass Echo sie behindert hat, oder verhindert hat. Das heißt auch für euch als Jungler noch mal, achtet darauf, was eure Karte macht, wenn euer Top-Player zum Beispiel Bot tippet, und sie sagt gerade Top-Side-Jungle, dann sorgt dafür, dass sie die Top-Seite auch beschützt. So, also Pantheon aktuell mit Mobi-Boots versucht eigentlich nur, die Gegner in Grund und Boden zu roamen, hat gerade vermeintlich seine stärkste Phase im Spiel, so zwischen Level, ich würde sagen, ab Level 9 geht's richtig los, aber zwischen Level 9 und 13 ist Pantheon super strong, und deswegen versucht er halt, dieses Zeitfenster, was er hat, dementsprechend zu benutzen, und die Karte herzubringen, weil er weiß ganz genau, wenn ich, also Pantheon, wenn ich jetzt einfach nur ahead kommen würde, und Akali im 1 gegen 1 besiegen würde, oder so, würde das dem Team nichts bringen, weil meine Stärke als Pantheon, im Early- und Mid-Game-League, die Gegner, wenn wir sie aber nicht besiegen können, mit Cassio und eine Lucian Akali als sehr viel stärker skalieren. Und wie gesagt, auch wenn die generellen Roam-Versuche nicht 100% erfolgreich sind, versucht er halt, wie gesagt, kaum noch auf seine Lane zu gehen, nur noch um seine Karte herum zu spielen. Und das ist halt auch das, was High-Elo-Leute so gut macht, tatsächlich, zusätzlich zu den ganzen Mechaniken, die sie natürlich können, aber was ich damit meine ist, sie wissen, dass sie die Karte ahead zu bringen haben, also Match-Up-abhängig, und wissen auch ungefähr wie. Bwipo war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, weil er in den Roams ab und zu, oder eigentlich fast immer mittlerweile, gestorben ist. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn ihr für ein Play geht oder so, oder wenn ihr euch nicht sicher seid, es ist meistens erstmal immer fein, vor allem in Low-Elo, überhaupt für ein Play zu gehen, überhaupt für ein Roam zu gehen, und überhaupt versuchen, und überhaupt was zu versuchen zu machen, als einfach nur auf der Lane zu hocken und gar nichts zu tun. Denn dadurch, dass ihr es immer wieder tut, und immer wieder versucht zu roamen, oder TP-Plays zu forcieren, oder was auch immer, übt ihr das natürlich auch. Und ihr merkt ja dann auch, wenn euer TP kacke war, oder wenn euer, wenn eure Ult scheiße war, oder so. Das versteht ihr, ne? Oder solltet ihr halt dann sehen. Ähm, aber ihr kriegt das wenigstens in eure, in eure Gewohnheiten mit rein, ihr kriegt das in euer normales Gameplay mit rein, und so weiter und so fort. Und um vielleicht genreübergreifend ein Beispiel zu nennen, das ist wie in Fighting Games, wenn man im Practice Tool, in Street Fighter oder Tekken zum Beispiel, immer wieder eine Kombo übt, ist das schön und gut, aber du musst sie auch natürlich im echten Kampf verwenden können, also im echten Spiel gegen einen anderen Spieler. Und auch hier ist es in League of Legends genauso wichtig, einfach Sachen erstmal zu üben, um so eine Frequenz und eine Tendenz schon mal rein zu bekommen, unabhängig vom Erfolg dieser Sache, fürs Erste. Irgendwann solltet ihr diese natürlich besser beherrschen, das ist klar, aber viele Spieler haben über Probleme damit, TPs überhaupt zu benutzen und saven den dann für 20 Minuten auf die Lane oder teleportieren sich nur auf die Lane oder so und damit ist ja auch niemandem geholfen. Und wir sehen, Pantheon mittlerweile 5-4-5, obwohl die Roams halt nicht immer effektiv waren und das ist halt einfach lächerlich, er geht Base, er TP't sich wieder auf die Ward und kriegt noch ein Kind und TP't sich wieder, äh, und geht wieder Base. Und hat jetzt mal so eben 600 Gold mal als Akali, die die Lane gespielt hat. Akali war ein Großteil der Zeit auf der Map oder auf der, auf der Lane, während Pantheon halt groamt hat und so. Deswegen ist Pantheon meiner Ansicht nach, er ist zwar ein feiner Champion, um Top-Lane zu spielen, aber er ist ein schwieriger Champion, um wirklich effektiv zu spielen, denn du musst so viel um deine Ult herumspielen und so weiter und das können halt viele Spieler nicht, die nicht daran gewöhnt sind. Andererseits sind es so Champions wie Shen, Pantheon, Twisted Fate, Noxion, ähm, nicht Rise, um Gottes Willen nicht Rise, sehr, sehr gut, um Makro-Game zu üben, weil ihr geforst seid, Makro-Game zu spielen. Ansonsten verliert ihr halt meistens. Natürlich skalieren Champions, ähm, also Noxion fällt auch ein bisschen ab im Late-Game, aber Twisted Fate, Galleons, so skalieren halt auch besser als Pantheon. Nichtsdestotrotz bist du halt auf einem Time-Limit, nachdem du halt irgendwann nicht mehr so stark warst und der Rest ist halt einfach nur noch ein Gemetzeln und ein Massaker. Pantheon springt die Mitte runter, die Gegner haben Surrendert. Und ja, fassen wir das Spiel jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben ja jetzt ganz, ganz viel über Roam geredet und so weiter und ich wollte euch mit diesem Replay vor allem zeigen, wie viel man eigentlich roamen kann. Und, äh, unabhängig davon, ob der erste oder zweite Roam erfolgreich ist oder nicht, aber was alles möglich ist, denn er war, also, äh, ich mach mal kurz die Time-Controls auf. Er war, ich glaub, ab der zehnten oder elften Minute oder so nicht mal mehr wirklich auf der Lane. Er war nur noch irgendwo auf der Karte am Fighten. So, hier kommt er nochmal kurz hoch, fightet kurz und springt schon wieder weg. Dann stirbt er, okay, schön und gut. Und läuft wieder direkt in die Mitte runter. Also, er läuft nicht in die Mitte runter, aber er läuft zur Mitte und, äh, versucht Bot-Side zu roam. Kickt den Turret, dann geht er wieder Base, läuft nach Top, der Turret, äh, stirbt. Er nimmt die nächste Wave und das war's. Er geht wieder Base oder, ich glaub, er nimmt die nächste Wave jetzt noch und roamt jetzt wieder, äh, hat jetzt gleich wieder seine Ult ab und kann halt wieder für Place gehen und so weiter. Also, das Erste ist, immer lieber Falsch-TPen oder Falsch-Romen als gar nichts zu romen. Fürs Erste. Irgendwann müsst ihr dann natürlich Richtige und Schlechte oder Gute und, äh, Richtige und Falsche oder Gute und Schlechte Roms und TPs voneinander unterscheiden können. Aber erst mal die Frequenz reinbekommen. Ganz wichtig. Das Zweite ist, Match-Up-Knowledge ist enorm wichtig. Das hab ich jetzt nicht so extensiv angesprochen. Aber, Wippo wusste, dass wenn er hier das Match-Up-Fight spielt oder falls er halt die Karte nicht erhält bringt oder sowas, dass er irgendwann outscaled wird. Und auch, dass sein Team outscaled wird. Und dann, ähm, noch das Dritte und ich glaube, das ist das Lane-spezifischste. Seine Recoil-Timings waren enorm wichtig und seine Wave-Control war enorm wichtig. Also, er wusste immer genau, wann kann ich back gehen, um möglichst wenig CS und Erfahrung zu verlieren. Aber gut, meine lieben Freunde, das, äh, passt dieses Video zusammen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Kommentar freuen, falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Schreibt doch in die Kommentare, ob das hier etwas war, was euch denn helfen könnte für euer Solo-Queue oder wie ihr denn mit euren Roams und TPs steht. Denn oft kriege ich Nachrichten wie Burrito, ich kann nicht tp'n. Wie mache ich das eigentlich? Ähm, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich dann im nächsten Video. Bis dahin, bye, bye und reingehauen.